wollen wir mal gucken und los caballos danke verzeihung kurzform davon ja danke da haben wir es ab las tu ingles du isst äpfel heißt das hablas espanol por favor por favor yo soy una tortuga ich bin eine schildkröte el gato come el raton die katze ist eine maus das kaninchen kleine tastatur el oso come una manzana der bär ist ein apfel sie sind frauen ellas son mujeres sehr interessant la gata natürlich die katze la gata no es apostrof andersrum apostrof mia punkt sogar noch dahinter weil ich so nett bin el leon ist das leon mit apostrof ist eigentlich gar nicht notwendig punkt los peros die hunde die köter könnte man auch sagen sechs sekunden übrig mal wieder ja und so geht das jetzt schon seit einer stunde und ich bekomme einfach immer punkte dazu und ja diese app funktioniert auf diesem s4 mini sehr gut und das sind ein paar geräte im hintergrund